Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation Zero. Sodala. Irgendwie hat die Internetverbindung gekappt, während ich kurz weg war. Und deswegen hat es mich aus dem Spiel gehauen. Und ich bin wieder in unserem Bunker. Aber ich glaube, dass es den Fortschritt gespeichert hat, oder? Da müssen wir jetzt mal überprüfen. Zumindest die Hauptmissionen sind erledigt und einer von den vier bösen Buben ist auch weggebürstet. Es sieht so aus. Auch die Munitionsanzeige kommt mir realistisch vor. Dass wir fast... Oh, warte mal. Ha, falsche Munition. Aber trotzdem kommt mir das okay vor. Müssen wir mal schauen. Ich glaube, ich weiß, wie ich es rausfinden kann. Wartet mal. Inventar. Waffen. Nee, nicht Waffen. Ach, Schrott wird mir Schrott. Doch, doch hier. Wir haben nämlich Plastik von dem Roboter bekommen. Und ich glaube, Plastik haben wir bisher tatsächlich noch nie so gefunden. Das dürfte dann das sein. Und was hat der gleich nochmal noch gedroppt? Der hat doch noch irgendwas gedroppt. Aber was nur? Oh. Dam, 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 dam. Ich weiß nicht mehr. Nichts Besonderes. Ich kann mich noch erinnern, dass ich enttäuscht war. Aber doch irgendwas. Oh. Ein Drei-Sterne-Zielfernrohr. Ich weiß wirklich nicht, inwiefern die Zielfernrohre wirklich besser sind im Vergleich zu ihren, ne, Ur-Dingsen. Aber gut. Äh, jetzt lass mich mal gucken. Jetzt muss ich mal ein paar Sachen machen. Erstens, zerlegen wir jetzt mal einige Waffen. Jetzt wird hier Waffen zerberstet ohne Ende. Also, dich brauchen wir nicht mehr. Dich brauchen wir auch nicht. Dich auch nicht. Dich auch nicht. Und dich... Sowieso nicht. Ähm. Ganz viel Munition. Okay. Hier könnte ich auch mal gucken. Diese Notfallsignal-Fackeln. Weg damit. Fernglas ist gut. Feuerwerkskörper. Weg... Oh, da bräuchte ich 20. Na, dann nicht. Standard-Erste-Hilfe und einfache Erste-Hilfe sind verschiedene Sachen. Na, sowas. Okay, von den anderen Sachen habe ich gar nicht mehr so viel. Na, gut. Und auch hier muss ich mal gucken. Da rüsten wir jetzt aber erstmal schnell die Waffen, die wir aktuell haben. So gut wie es geht auf. Hä? Ach so. Ich verstehe. Mhm, 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 mhm. Genau. Hier könnte man nämlich das 1- bis 4-fach 3-Sterne-Supervisier nehmen. Ich weiß wirklich nicht. Das verändert nichts an den Werten. Das Gewicht ist das gleiche. Sie sind einfach nur fancy. Und dann kann ich sagen, guck mal, mein Visier hat aber drei Krönchen. Und dann finden das alle geil. Wahrscheinlich ist das Sinn der Sache. Hier habe ich noch das kaputte Zielfernrohr, ne? Aber das behalte ich noch. Das ist noch gut. Oh nein, was habe ich getan? Oh, ich hasse es. Manchmal hier, das Menü ist ein bisschen komisch, muss ich schon sagen. Aber gut. Zum Glück, ähm, wenigstens schnell. Ah, zum Glück wenigstens schnell wieder repariert. So, jetzt wartet mal. Einfaches Erste-Hilfe-Kit. Hatte ich, glaube ich, immer hier. Fernglas brauche ich bald, wenn ich ein super Hacker bin. Hey, wir können eventuell das Fernglas modifizieren. Nein, können wir nicht. Also, theoretisch schon, aber jetzt nicht. Ich verstehe wirklich diese Giftgasbehälter nicht. Machen die überhaupt was? Giftgefüllte Druckgasbehälter erzeugen bei Zerstörung eine tödliche Gaswolke. Ähm, will ich das? Ich glaube nicht, dass Roboter ersticken. Irgendwie. In dem Sinne. Oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie advanced die sind. Vielleicht simulieren die sogar Atmung. Perfekt. Es kann schon sein. Kommt mir sehr komisch vor. Sie können auf dem Boden belegt und beschossen werden. Nö, meinetwegen. Nehmen wir das noch. So Sprengfallen gefallen mir schon am besten. Muss ich schon sagen. Ein mobiler Sammelpunkt. Deine Freunde per Schnellreise. Ich habe keine Freunde. Was ist denn das für ein Blödsinn hier? Muss man das? Das Spiel dauernd unter die Nase reiben. Äh. Genau, wir haben so viele neue Mützen gefunden. Da müssen wir uns mal umschauen, was wir da alles haben. Ich finde die Mützen schon am geilsten. Weil da sieht die Frisur einfach noch viel mehr nach Fukuhila aus, wie sie wirklich ist. Wobei sie, glaube ich, warte mal, was? Wobei sie wirklich ein Fukuhila ist, den wir hier haben. Aber durch die Mütze kommt der richtig gut zur Geltung, finde ich. Deswegen bin ich da schon ein großer Fan davon. Gerade zusammen mit der Sonnenbrille ist es ein Traum. Ist es. Ein 80er Jahre Trashrock Traum, den wir hier haben. Ich schaue nur gerade ein bisschen durch, ob wir was für so Neues haben. Aber ich glaube, sehr viel werde ich gar nicht verändern. Die hat auch keine Werte, die Jacke, oder? Die haben wir nämlich bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich jetzt echt ein bisschen... Dass die keine Werte hat. Dass das nicht wenigstens irgendwie hier minus 10% Schaden oder was weiß ich was. Finde ich komisch, muss ich schon sagen. Sogar die T-Shirts haben Werte. Die T-Shirts haben Werte, die Jacken nicht. Was ist denn mit diesem Spiel los? Gut, hier haben wir Feuerwiderstand, Explosionswiderstand, alles wurscht. Das sind auch lauter so 1-2% Widerstand-Bonis. Also ob mir was jetzt irgendwie 100 Schaden oder 98 Schaden macht oder 99, ist mir ehrlich gesagt relativ wurscht. Muss ich schon sagen. Eigentlich brauchen wir die weißen 80er Jahre Turnschuhe, oder? Sodala. Das war es schon wieder. Das ging flott. Was für Munition kann ich da eigentlich herstellen? Punkt 32 Hohlspitz benutze ich, glaube ich, für nix. Ich mache mal ganz viel Heilung. Jetzt wo ich weiß, wie wichtig dieses... Oder wie schnell das wieder... Also ich meine, wie viel? 100! Okay. Das ist doch ein bisschen viel. Hä? Warum habe ich denn jetzt hier so Sachen drin, die eigentlich zerlegt werden können? Das zumindest kann zerlegt werden. Und das machen wir auch. Die Pumpgun hebe ich ja absichtlich auf. Aber bis jetzt haben wir echt noch keine 2-Sterne-Pumpgun gefunden, leider. Inwiefern unterscheiden sich eigentlich... Das würde ich gerne mal irgendwie sehen können. Aber die ist im Weg. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe wirklich... Warte mal, da können wir die jetzt gleich schön vergleichen. Ne, warte. Ich will die jetzt gar nicht recyceln hier. Ich möchte mal kurz... Die Waffe zum Schein hier ausrüsten. Aber gar nicht wirklich. Ah ja, die 2-Sterne ist in der Handhabung und Schaden ein bisschen besser. Gleiche Munition geladen. Ja genau, das Zielfernrohr dürfte das nicht beeinflussen. Also die 2-Kronen-Waffe ist einfach ein bisschen besser insgesamt. Ich meine, ich habe es mir schon gedacht. Aber ich wollte es mal gesehen haben. Nur was die... Das Stufe 3 Zielfernrohr macht. Das... Das weiß ich immer noch nicht. Du, du, du... Du, 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 du... Hey! Recycling! Moment mal! Warum habe ich überhaupt eine... eine MP-Kipsi im Inventar? Also recyceln will ich die nicht. Aber die nehmen wir gar nicht erst mit, oder? Ich habe jetzt für das Ding 200... Ja, gut, okay. Und fürs Scharfschützengewehr habe ich aber dafür genug. Wirklich genug. Und für die Pistole erst recht. Ah ja! Pistolen-Munition kann ich herstellen, wenn ich will. Will aber niemand. Dann kommt jetzt die da weg. Und dann könnte ich auch mal mit der Munition gucken. Also... Ich brauche die hier für die Pistole. Die 9 Millimeter brauche ich nicht. Die könnten wir ablegen. Wiegt ja auch ein bisschen was, oder? Wiegt das was? Ich glaube schon. Ich muss mal aufpassen. Die brauche ich, glaube ich, auch nicht. Moment. Ich muss gucken. Also, ich brauche die 7-6-2. Die Punkt 4-3. Und die Punkt... Ich kann mir das nicht merken. So viel Zahlen, ey. Punkt 4-2. Die brauche ich. Die brauche ich, genau. Aber die Kaliber 12 brauche ich nicht. Die 9 Millimeter brauche ich auch nicht. Und die brauche ich auch nicht. Und die Magnum hier... Das weiß ich zufällig. Das 44er Magnum ist. Wahrscheinlich, weil die 44er Magnum heißt. Die Magnum. Und die brauche ich auch. Genau. Dann haben wir auch ein bisschen hier aufgeräumt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Das Zeugs nehme ich mal alles mit, oder? Man weiß ja nie, ob man es mal braucht. Bis auf den Giftgasbehälter. Kann ich den eigentlich auch recyceln? Ah ja. Dafür bräuchte ich mehr davon, oder? Packen wir den mal weg. Der ist wirklich... Den werde ich nie benutzen. Und ich weiß überhaupt nicht. Was das überhaupt soll. Ah ja. Ein Jagdgewehr-Schalldämpfer. Habe ich da schon einen dran? Weil im Grunde... Wollte ich doch eigentlich auch alles recyceln, was jetzt nicht... an Waffen ist. Und mein Jagdgewehr hat schon einen Schalldämpfer. Ja genau, das stimmt. Dann werde ich die jetzt hier zerlegen, die nicht angebaut sind. Also das Visier. Maschinenpistolen-Schalldämpfer? Hm. Okay. Und das... Ne, das zerlegen wir auch nicht. Das kommt auch in die Kiste. Ab in die Box mit euch. Das weiß man nicht, ob man es noch brauchen kann. Nein. Wo sind sie denn hier? Du und du. Und somit... haben wir immer noch 42 Gewicht. Was ist denn so schwer eigentlich? Was ist denn so schwer? Seid ihr Waffen so schwer? Nee, gar nicht. Die sind überhaupt nicht schwer. Die Waffen machen nicht mal 10 aus. Oh ja, hier. Die ganzen Gaskanister und Brennzellen. Und dir die 100 Heilungs... Digga. Na gut, die haben wir schnell durchgebrannt, glaube ich. Ja. Das einzig Nervige ist jetzt, dass wir halt jetzt, weil es Internet weg war und ich aus dem Spiel geflogen bin, obwohl ich Singleplayer spiele, übrigens. Danke. Nice. Nice designte Spiel habt ihr ja. Ähm. Das wird wieder den ganzen Weg latschen müssen und ich erst mal wieder den Weg hier rausfinden muss. Was für ein unnötig kompliziert großer... Bunker eigentlich, den ich hier habe. Wenn man damit wenigstens was machen könnte, finde ich es sogar richtig cool eigentlich. Ne, wenn das Spiel so Mechaniken hätte, so richtige Lagerausbaumechaniken. Wenn man Überlebende findet und hierher einlädt und dann kann man Räume zuweisen und dann gibt es verschiedene... Ne, sowas halt. Das fände ich dufte. Aber so ist es halt ehrlich gesagt ein ewig langer, verschlungener Dungeon, der irgendwo letztendlich dann zu einem nützlichen Raum führt. Und alles andere ist irgendwie... Macht halt natürlich Sinn, wenn man reingeht. Aber wenn man dann den mal erobert hat, dann macht es nicht mehr so viel Sinn. So, Sesam öffne dich. Da, 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 da. So, jetzt schauen wir mal auf die Karte. Wir sind hier. Und wir gehen jetzt einfach dahin, würde ich sagen. Zu der Nebenmission. Vielleicht kriegen wir da eine coole Belohnung. Da führt überhaupt... Führt da überhaupt keine Straße hin, oder wie? Ist das ein absolut abgeschiedenes, eigenes... Na, aber nicht wegen. Hm. Von mir aus. Aber da können wir trotzdem der Straße recht weit folgen und dann über die Felder. Ja, und dann geht es wahrscheinlich hier drüben schon weiter. Da haben wir neue super Bösewichte, neue Nebenmissionen und crazy shit. Aber dann nehmen wir hier nicht die große Brücke, sondern gehen hier über das kleine Dorf hier. Und unerträgliche Leichtigkeit. Was? Habe ich das richtig gelesen? Unerträgliche Leichtigkeit? Interessant. Wenn hier nur ein Fahrrad-Spawn-Gerät wäre. Das wäre schon irgendwie praktisch. Andererseits fährt man mit dem Fahrrad immer zwei Meter und dann springt man wieder ab und tötet Roboter. Also ich mache das. Ich glaube, man könnte den Robotern wahrscheinlich auch davonfahren. Aber falls die Informationen stimmen, denen ich immer noch nicht so ganz traue, weil in Foren halt Leute viel diskutieren und keiner weiß jetzt so richtig, was echt Tatsache ist anscheinend. Aber wenn das wirklich stimmt, dass die Roboter nicht neu spawnen, dann macht das ja auch voll Sinn, dass ich gezielt Jagd auf die mache und die ausschalte. Weil jeder Roboter, den ich töte, ist ein toter Roboter, der nicht wieder zurückkommt. Wenn die aber neu spawnen, dann, pfff, wegen dem paar Erfahrungspunkten tue ich mir den Ärger nicht an. Aber, ich meine, es sieht, ich bin mir echt unsicher, ganz viele Locations, wo ich schon war, sind tatsächlich keine neuen Gegner gespawnt. Aber da hinten fliegt eine Drohne. Aber das muss wieder nichts heißen. Ach, ich weiß es auch nicht. Na dann. Hätten wir das auch. Fahrrad aktivieren. Äh, jetzt muss ich noch mal kurz auf die Karte gucken, weil jetzt sind wir hier natürlich, mit dem Fahrrad können wir halt nicht mehr so schön querfeldein laufen. Da muss ich kurz die vorgesehenen Wege nutzen. Weil sonst kommt das Ordnungsamt und das gibt eine gehörige Strafe. Und das wollen wir nicht. Deswegen nutzen wir die Radlwege und fahren nicht durch den Wald. Sie können doch hier nicht durch den Wald fahren. Sie stören die Robohundpopulation bei der Brut. Och, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Macht 100 D-Mark Strafe. Irgendwie komisch. Geht es euch auch so? Oder ist das nur in meinem Kopf so? Aus irgendeinem Grund ist D-Mark die viel spießiger Fährung im Vergleich zu Euro. Seltsam. Ist aber irgendwie wirklich so. Wenn ich an D-Mark denke, dann ist das gleich immer so Spießbürgertum. So die Deutsche Bank. Witzig irgendwie. Und Euro ist halt so. Ja, ein Euro halt. Ne? Whatever. So neutral besetzt. Das Spiel hier. Hätte ich gern mit MPC-Begleiter. Ich sag nur, das soll jetzt keine Empfehlung sein, von wegen so sollten die Entwickler das Spiel machen, weil die wollten offensichtlich ganz was anderes machen. Das ist kein Kritikpunkt. Aber einfach nur so mal, was ich gerne hätte. Das Spiel hier hätte ich gern mit vier cleveren MPC-Begleitern, die alle auch so jugendlich sind. So eine jugendliche Gang. Oder eben auch so wie bei den Goonies. So wirklich Kinder halt. So ein Kinderabenteuerfilm. Oder wie Stranger Things halt. So nostalgisch 80er Jahre Kinderabenteuerfilm mäßig. Mit den Autoren von Witcher. Damit man richtig coole Abenteuer erlebt. Und gerne auch einen übernatürlichen Komponente. Und jeder einzelne Questmarker auf der Karte, jedes einzelne Symbol, jede Nebenmission ist irgendwas Neues, Seltsames, Ungelöstes. Wie X-Faktor im Grunde. Wie X-Faktor. Ein ganz neues Mysterium. Jede Folge, jede Quest, neues kleines Mysterium. Das es zu ergründen gibt. Das hätte ich gerne. Ich sage ja nur. Wird man doch wohl noch sagen dürfen. Ich kann so lang Wheelie machen, bis mein Schutzblech anstößt. Mich hat irgendwas gesehen. Eine Drohne glaube ich. Oder? Oh oh, nicht nur eine Drohne. Ein Rudel wilder Hunde. Ah, Mist. Ah, ich treff den einfach nicht. Okay. Oh, shit. Was ist denn da hinten los? Oh, ich habe die Heilung auf den falschen Platz gelegt. Ah. So wird das nix. Shit. Die hinten kommen glaube ich auch, um zu gucken, was hier los ist. Und ich treffe den einfach nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Immer ein bisschen. Der, der zieht immer so hoch. Der schwankt immer so nach oben. Ich muss wirklich irgendwie tiefer zielen. Komisch. Okay. Jetzt bleibt mal ganz cool alle. Hey, Leute. Cool bleiben. Alle ganz cool bleiben. Wir machen jetzt Schluss für heute. Und morgen greifen wir die großen Superroboter da hinten an. Hurra. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.